Ende des Vakums 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 Das war's für heute. Okay, Sie sind durch. Bis zur Leichenhalle sollte es sicher sein. Die Codes sind an der Leiche des Captains. Hier spricht Medical Officer Nicole Brennan und ich hoffe, ich bin im ganzen Schiff zu hören. Wir brauchen mehr Hilfe. Wir haben nicht genug Leute, uns um so viele Fälle zu kümmern. Niemand will uns sagen, was hier los ist. Diese Wunden, wir sind auf sowas nicht vorbereitet. Oh Gott. Bringen Sie ihn zu dem Tisch. Halten Sie ihn fest. Schwester, drücken Sie ihn nach unten. Himmel. Ende der Aufzeichnung. Das war Nicole, oder? Ich kann von hier aus nicht sehen, wie alt der Eintrag ist. Ich bin sicher, dass sie hier irgendwo ist. Ich bin sicher, dass sie hier unten an. Belezen Sie sich für eine Fälle zu machen. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Ah! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's für heute. Sgt. Sgt. Das war's für heute. Aaaaaaah! 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 Aaaaaah! Hallo, kann mich jemand hören? Mein Name ist Aline Fisk. Ich bin gerade hier aufgewacht und alle anderen waren weg. Ich weiß nicht, was vor sich geht. Warum sind alle gegangen? Ich werde sie jetzt suchen gehen. Wenn Sie das hier hören können, dann kommen Sie bitte her. Ich höre ein Kratzen im Inneren der Wände. Hallo? Wer ist da? Sind Sie Arzt? Warum sind alle... Moment, ich kenne Sie doch. Sie sind Harris, der Gefangene aus der Kolonie. Sie haben die Krankenschwester umgebracht. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Bitte! Ich schau mal. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020